Da kommen ein Stern aus deinem Hintern. Das ist richtig. So muss das. Das ist auch in Real Life so. Ja? Ja! YouTube-Partnerkräfte. Tut das nicht weh? Nee, das läuft. Ja, aber wenn die Sterne... Ja, kommt drauf an, ob sie jetzt verkehrt oder... Nein, ich will nicht so genau darüber reden. Sie kommen ja nicht mit der Spitze zuerst. Obwohl, einen Stern hat ja nur Spitzen. Ja. Ob jetzt flach oder von... Ja, ist ja jetzt egal. Also... Wenn der quer rauskommt, dann würde der so ein Schlafdruck sein. Wie aus so einem... Kennst du diese, wo man so Weihnachtsplätzchen rauspresst? Ja. Von so einem Fleischwahl oder so tut man dann so diese Sternform und dann tut man so Kekse rein, so Keksteig und dann wird das so Spritzgeweck. Und so ist das halt auch mit der Sternform. So backst du also zu Weihnachten, oder? Ja, lecker. Ich send dir jetzt nicht mehr ein paar Kekse, ne? Guten Tag. Ich bin drin. Ja. Mittendrin steht nur dabei. Okay. Das ist mein Motto. Kommt du mit jeglichen Respekten aus deinem Keksbacken verloren. Ich will gar nicht wissen, aus was der Zuckerguss dann besteht. Oh, nee. Kommt nicht. Kommt nicht. Musst du doch noch. Hey, Internet unter YouTube. Surprise mit Supreme. Überrasche. Du wirst sowas von sterben. Delekt. Okay, wir spielen sexy Rage-Mode. Hey, Quantum, Quantum, hinter dir. Hier, ich bin da. Ich bin hier mit dir. Nein, doch nicht. Oh, lag. Oh, du hast ein Glück. Das war ein lag. Ja, du hast mich aber auch gekillt. Ja, das war kein lag. Das war können. So, wahrscheinlich, oder? Ja, das sind die feinen Unterschiede hier. Wie, das lag? Lol. Ich habe ihm Headshot mit dem Schneeball gegeben. Also, dieser blöde Schneeball hier noch einmal. Zu dir fliegen, nein, das ist aber auch alle. Nein. Oh. Achso, das warst du gar nicht zu. Okay, wurde zu dir. Yo. Ich verkack jetzt richtig. Eben war ich Erster. Und die Runde wolltest du natürlich nicht. Nein, Spaß. Bis einer weint. Bis einer weint. Bis der Arzt kommt. Schneeball werfen, bis der Arzt kommt. No lag. Jetzt reicht es dann aber. Ich wäre so gut. Ich wäre echt, ich wäre, also. Junge. Ich wurde jetzt schon achtmal mit dem Schneeball. Okay, nicht achtmal, aber. Viermal mit dem Schneeball abgeworfen. Abseits lag. Wahrscheinlich, oder? Ding, ding, ding. Ja, na, ist lag. Ich habe ja noch zusätzlich den Monitor aus. Damit es ein bisschen fairer wird. Achso, ja. Kann man nichts machen, ne? Nicht gut, dass du bist ein bisschen so auf Fairtrade. Achso, halt. Yo, ist okay. Ist okay. Oh man. Was ist denn hier? Ich muss auch mal einen Treffen. Alter, wie er mich... Gibst du auf? Nein, aber... Dieser blöde Schneeball, ich... Werde gleich zum... Mörder. Ich habe gehört, du bist vor mir, scheiße. Das ist die Hauptsache. Ich muss vor dir sein. Alles andere ist... Völlig... Hauptsache, es lag gar nicht. Ganz toll. Super. Ja, das sind halt erschwerte Bedingungen für Pro-Gamer. Du hast das halt eingestellt, ne? Das sind deine Hacks. Das ist bei allen anderen. Du bist hier nicht. Dann tust du jetzt so, als würdest du bei dir laggen. Aber in echt tut es gar nicht. Genau. Oh, ich komme hier gar nicht weiter. Yo. Gut, dass du mich nicht killst. Oh, Double Kill. Es ist der Boss. Oh, da hast du wieder irgendjemand bezahlt, oder? Stell dich bitte vor mir auf. Ja, ich bin da vor dir. Ich würde mal sagen, das läuft, ne? Ey, wieso kommt er aus der Ecke raus, zieht mich an und bewirbt mich mit einem Schneeball? Ja, so ist das Leben. Quantum. Hi. Ich fühle dich. Hab dich. Mir reicht's jetzt, aber... So kann doch kein Mensch spielen. Das sind, wie gesagt, die Legs und... Quantum, komm mal, komm mal nach hinten. Ich möchte nochmal Schneeball, äh, auf dich werfen. Ich hab ihn doch mit einem Schneeball getroffen. Was soll denn das? Ey, also... Ich will nichts sagen, aber... Ja, Quantum. Anscheinend ist dein Aim noch nicht ganz so gut, dass du jetzt hier einen auf Ralle machen kannst. Ich möchte nur nochmal betonen, wer hier schon nochmal so richtig ist, also... Ich kann dich leider nicht verstehen, du lagst. Ich möchte... Hallo? Ich wollte nur nochmal sagen, es gibt Zeiten. Zeiten ändern sich. Zeiten ändern dich. Zeiten ändern dich. Quantum. Hinter dir, Vorsicht. Nein! Ich bin der Beste, Quantum, ich bin der Beste. Sag, sag, dass ich der Beste bin. Irgendwas stimmt hier. Ja, du nutzt die Legs voll aus. Nein! Oh! Oh, sieh mal einer an! Ja, das war ja gerade nur, weil es gelagert hat. Ja, das ist selbstverständlich. Schön von hinten, richtig fett. Wer mag das? Quantum, der mag Schneebälle. Aus einer kleinen Abkühlung, ne? Ich glaube, du brauchst was. Quantum, hinter dir, hinter dir. Hinter dir, da bin ich. Komm, drück mir ein Schneeball ins Gesicht. Komm, 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 komm. Ey! Ach, schade, du bist schon gestorben. Ja, jemand hat mich von hinten. Wie sonst? Da! Feig! Quantum, warte, ich hole dich. Oh, lag! Nein! Was ist das? Ja! Ja, da war ein lag. Ich glaube, das haben wir alle gesehen. Ja, das haben alle. Nicht einfach. Du hast es nicht anders verdient. So, Quantum, dafür, für diesen Satz bekommst du jetzt einen dämütiger in den Kopf. Ja! Komm! Ja, weil... Du hast 50 Punkte für auf deinen Kopf. Wo bist du, wo bist du, wo bist du, wo bist du? Oh, ich werde dich sowas von bestrafen. Bin der Beste. Ach. Ja. Oh, ich hasier gerade richtig. Ich glaube, das hier wird ein Barbier-Gameplay. Pass mal auf. Pass mal auf, mein Freund, was jetzt gleich passieren wird. Ich bin Barbier, weil ich hasier die Gegner so. Pass mal auf. Oh mein Gott, er steht vor mir. Wow, was war denn das wieder für ein... Leck! Ich will es sagen, aber guck mal, wer Zweiter ist. Ja, weil du die Leute hier bezahlt hast. Das sind alles irgendwelche... Hallo, das soll doch geheim bleiben. Kumpels, kommt hier bitte auf den Server kommen. Ich spiele hier mit Quanto und ich muss hier ein bisschen... Bessere Action, Action. Scheiße, ich kann es noch gewinnen. Okay, doch nicht. Oh, Mann! Mama. Komm her jetzt, komm her! Ja, Leck, 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 das... Ich bin Zweiter, ich bin Zweiter. Ich habe hier die ganzen Videobeweise. Du bist doch mal Vorletzter. Ja, das ist einfach nur... Du bist negativ, 19 zu 20. Also, so ein blödes Spiel. Das ist doch echt ein... Also, ja, ich meine... Das ist ja... Ehrlich, das ist ja... Gibt's Kekse, guck mal. Mach nur so weiter. Geh weg von mir. Hier möchte ich meine kalte Wolfsschnauze küssen. Was zum Teufel. Das ist ja ekelhaft. Ja, gut, ich meine, ich muss jetzt so ehrlich sein. Und ich habe natürlich jetzt ein bisschen zurückgesteckt, weil ich gesehen habe, du bist nicht auf dem Skill-Level und immer in einer anderen Runde. Ich tanze. Und mir fliegen die Konfettis aus dem Hintern. Ja, mir die Kekse. Ja, du... Vielleicht soll ich das hochladen? Ja, sicher. Dann muss ich das nennen, das Geheimnis. Und zu Prime. Das müsste ihr, Junge. Der Keksbacker. Bäcker? Von Keksbäckern. kalten Wolfsschnauzen und Plastiktüten im Pyjama. Eigentlich bist du eine Papiertüte, ne? Achtest auf die Umwelt. Ja, nix. Oh, Mann. Dann würde ich sagen, war's das, ne? Ja, das war's. Das war's. Ich habe leider die Keks, wo ich gestorben bin, verloren. Bei der Aufnahme. Aber... Ne, passt schon. Okay, bis zum nächsten Mal. Danke, bis zu sehen. Danke. Ciao. So, Prime. Der will sich schon wieder verabschieden hier. Ach so, ja, dann nicht. Hi, Leute. Was geht? Tschüss. Ciao.